Hallo und herzlich willkommen zurück im Klembauscheinzimmer. Ich bin der Markus, bin aus Ruhrpott, das ist das Raffelzähnchen und das hier ist ein Bluebrick Spezial und zwar die Schreinerei mit der Nummer 106 807. Diese Phase des Bauens habe ich in meinen letzten Streams gemacht und da man sich im Stream auch sehr viel unterhält und ein bisschen quatscht, ging es halt nicht ganz so schnell vorwärts und ich möchte für den nächsten Stream mal zumindest ein bisschen weiterkommen, so dass die Leute halt auch keine Länge am Eile kriegen und halt Zwischenschritte sehen. Und zwar ist das ein Design von diesem von Matteo. Ich habe mir die Anleitung ausgedruckt, weil ich halt schlecht streamen kann und gleichzeitig digitale Anleitung lesen kann. Ich habe mir die Bauleitung, Anleitung in vier Schritten unterteilt und bin in diesem Schritt bei Bauschritt 224 von, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Bauschritte das insgesamt sind. Es sind auf jeden Fall 4079 Teile und ich möchte euch mal den aktuellen Stand einmal von dem Set zeigen. Und zwar ist es die Schreinerei, besser bekannt vielleicht aus dem Meistereder und seinem Pumuckl. So weit bin ich bis jetzt gekommen und die älteren Zuschauer wissen jetzt schon, dass ich jetzt vor der Schreinerei bin. Von der Seite nicht aufregend ist bisher. Von hinten haben wir zwei Türen und auch noch nicht viel mehr, da kommt noch ein bisschen grün und von hier aus sieht es auch nicht anders aus. Der braune Punkt dort ist ein Element, was durchgeht. Ansonsten sieht man eigentlich bis... Ah, der eine Stein könnte von mir sein, den hatte ich nicht gehabt, beziehungsweise nicht so schnell gefunden. Deswegen, ich sag mal, Farbechtheit ist gegeben. Ich muss die Elemente noch ein bisschen nachdrücken. Ich habe keine Farbverläufe bis jetzt drin. Was ich jetzt für das Video rausgenommen habe, sind zwei lose Elemente, die ich später reinlege. Wäre ein bisschen ungünstig, das jetzt. Für alle, die den kleinen Pumuckl suchen, das ist dort, sieht man schon die roten Haare. Er zeigt sich uns so. Bis jetzt sieht das Ganze von innen dann so aus. Und man muss ehrlich gestehen, da ist richtig, richtig viel los. Ja. Da ist wirklich sehr, sehr viel los. Und ich muss dem Matteo gestehen, der hat sich unheimlich Mühe gegeben und hat unheimlich viele Kleinigkeiten in dieses Set reingesetzt. Was ich sehr, sehr gut finde. Ja, von einem kleinen Waschtisch, was sich hier gerade bewegt hat, weil der Kaminabzug, der noch nicht fest ist. Da sieht man zum Beispiel vom Pumuckl das Bett, die Schaukel, den Pumuckl selber. Hier vorne so ein kleines Modell. Eine Säge. Ein Schrank. Wenn man in den Schrank reinguckt, da sieht man einen Besen. Da hängt Werkzeug. Da kann man in den Flur rüber reinschauen. Also es ist unheimlich viel. Ich hätte bei dem Set bis jetzt verschiedene Probleme, die sicherlich teilweise auch meinen Missgewachsenen sind, aber auch teilweise halt einfach so sind. Und zwar habe ich im Moment zwei Fehlteile und ein Falschteil. Das Falschteil war das Waschbecken, das ich ausgetauscht habe gegen eine andere Farbe, weil es sollte weiß sein. Das war nicht in der Menge weiß, wo ich es brauchte. Dann habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht ist es dabei. Ich zeige die Teile gleich. Hier fehlt mir noch eine schwarze Tür. Ich habe ein bisschen Nase. Und was ich auch noch nicht wiedergefunden habe, beziehungsweise in dem Set bis jetzt nicht gefunden habe, was wahrscheinlich noch nicht dabei ist, weil es ziemlich groß ist, ist diese Klasichttür, die ich aber halt in einem Bluebrick Store nachgekauft habe und dementsprechend halt auch eingebaut habe. So, achso, da haben wir noch ein kleines Telefon. Ist wirklich super toll. Und ich denke, beim Endreview werde ich da nochmal ganz genau drauf eingehen. Bisher bin ich von diesem Set mehr als begeistert. Es ist super, super toll. Ich habe das von einem Zuschauer zugeschickt bekommen zum Bauen. Davon muss ich mich noch 20.000 Mal bedanken. Es war super. Und ich muss mir da nochmal einfallen lassen. Zu den Teilen. Klemmkraft ist sehr gut. Verbaubarkeit ist sehr gut. Farbe passt wunderbar. Fliesen, na jo, auch okay. Also ich will da jetzt gar nicht meckern. Ich werde jetzt ein paar Bauschritte halt weitermachen, sodass ich im nächsten Stream halt auch wieder ein bisschen weiterkomme. Stream ist für mich wichtig, weil ich mich dort auch mit den Leuten unterhalte. Und hier kann ich halt auch bauen. Und als nächsten Schritt zeige ich nochmal ein bisschen einen Einblick über die Steine, die ich hier auf dem Tisch liegen habe. Da werde ich gleich noch eine kleine Einblendung zu machen. Und ja, danach würde ich mich dann wieder melden, wenn ich halt noch ein paar Bauschritte weiter bin und ich euch weitere Ergebnisse dazu zeigen kann. Bis dahin erstmal viel Spaß mit meinem Bautisch mit Raffelzähnchen und ich zeige euch mal, was hier noch so auf dem Tisch liegt. Okay. 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 Ja, wie ihr sehen konntet, sind hier noch ein paar Teile auf dem Tisch. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun. Es macht aber unheimlich viel Spaß und ich bin jedes Mal auf Neues gespannt, was jetzt Neues entsteht und wie es entsteht. Und da sind immer so kleine Sachen, die mich so ein bisschen verwundern, bewundern, kann man sich sagen. Zum Beispiel haben wir hier so einen Haken, der ist hier. Ich weiß nicht, wofür er ist, wenn er da irgendwie für was Besonderes ist, okay. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon davon überzeugt, dass ich das Ding beleuchten werde, weil es halt so viel zu sehen gibt und es macht unheimlich Spaß. Und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für den Spender oder beziehungsweise den Zusender dieses Modells. Und ich möchte es ihm halt so schnell wie möglich auch fertig präsentieren können. Darum geht es jetzt Stück für Stück ein bisschen weiter. Und das ergibt dieses Video. Dankeschön. Bis gleich. So, ich habe jetzt den Bauschritt 250 abgeschlossen. Damit ist hier oben eine Fliesenschicht drauf. Es ist noch nicht so, dass der unterste Teil fertig ist. Hier vorne fehlt noch Blumen, hier fehlt noch was und so weiter. Aber, ich sage mal, das Grundunterste Stockwerk ist fertig. Auch wenn noch ein paar Kleinigkeiten fehlen. Und ich muss ehrlich gestehen, es macht schon mal einen sehr, sehr schönen Eindruck, würde ich sagen. Dadurch, dass ich oben das Licht habe, sieht auch die Beleuchtung und wenn man da reinguckt, sehr schön aus. Ich denke, ich werde da noch mit Beleuchtung arbeiten. Was vielleicht nicht so schön ist, das sieht man hier hinten, sind halt teilweise die Abstände zwischen den einzelnen Steinen. Wobei ich dann sage, oh, was ist jetzt da? Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen nachdrucken. Also da sind einige Abstände zwischen. Aber. Vorne und hinten, an der Seite, hier, da in der Ecke, da vorne, unheimlich massiv gebaut, teilweise zwei- oder dreilagig mit Steinen besetzt. Also da ist extrem stabil, das hier, das hier, das dort, da. Ich habe da ordentlich Steine reingemacht, um eine stabile Form zu bauen. Habe ich so noch nicht erlebt von anderen Herstellern. Extrem schön, extrem viele Details. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckt davon. Ich werde jetzt noch so weit weiter bauen, dass hier oben die Schicht anfängt. Aber vorher kommt es wahrscheinlich vorne grün. Und mit dem Status werde ich dann wieder weiter in den Stream gehen. Und ich muss sagen, von dem ersten Tag, wo ich dieses Set gesehen habe, bis jetzt, bin ich nicht enttäuscht. Mit einer extrem hohen Superqualität, mit der ich sehr zufrieden bin. Und wie gesagt, mit einem Materialmix, hier, da wackelt nichts, da ist bombenfeste. Und gut. Ich bin echt sehr begeistert. So. Vielleicht kommt noch was. Aber ich denke, das kommt im Stream. Dann geht es weiter. Das wird, das ist das erste Zwischenvideo zu den Streams. Wo ich dann, wie gesagt, sehr, sehr begeistert schon von bin. Wartet auf das nächste Video oder den nächsten Stream. Super toll, super viele Details, richtig klasse. Ich kann das nur empfehlen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und bis dahin bestellen wir beide euch einen schönen Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.